hey mich also kommt zu einem neuen video heute spielen wir mit dem lieben max ganz genau ein klein wenig landwirtschafts-imulator nein okay es kann ich weiß man durch die gegend wie viel darf man eigentlich in der stadt fahren in der stadt 50 du bist schon mal 20 bärs an da unten bist du ich kann fliegen hallo nimm sich mit mir auf komm her nein doch kommt jetzt her du wirst ein gewicht dran du kannst gar nicht schnell fahren tschüss ich hab den werkzeugwagen nein das ist unfair kann man erreichen nein böser keller max nein böser keller max nein na tschüss die spaß dahinten k 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 gekauft ich will mir was kaufen alter wie du kommst jetzt hier auf die ecke alle da auf auf die landen was ich hier kommen jetzt fahr doch hoch los vor der schwertransport alter ich kann überfahren was denn natürlich schon mal gesagt ich bin die hupe von dem genial für mich ganz normal aufrufe komm welche ich helfe die man bei das ist jetzt ich bin rausgekommen nein ich helfe dir längst noch fest guck mal ja schieb ich habe ein schiff fest das ganz genau ich fühle mich wie es zum kreis jetzt alles kaufe ich also was kaufen wir zwei ich habe nur 10.000 da sind ja nur den ersten ich habe nur den ersten körper kaufen nur den ersten mehr auch ein bisschen mehr ah ja das reicht schon mal viel mehr ja und da war ich gehen würde ja ich bin zwei dann okay okay ich hab ich proben müssen ich gehen würde ja einfach ich will sich selbst ja ist gut er zeigt mir die eine Million nein noch nicht ja also mir ist er erst zwei Millionen oder oh sondern oder oh was er hat der Transporte nicht warum hast du hier so viel gekauft ja ich weiß nicht vielleicht kann man das mal gebrauchen wir haben die ganzen Hof vollstehen ja recht da ddddd und noch überall woanders ich stehe nicht die ich wollte habe ich jetzt mal die falschen gekauft nein wahrscheinlich wollte die mit ketten kaufen oder die großen habe ich richtig durch meine die ich habe ein Problem da denkt Werkstattwagen hängt an mir fest und ich hänge an der Lampe fest warte ich komm nachhelfen ja ich benutze mal hier den fetten benutze den fetten ja alter der richtig großen tank tue ich jetzt aber wahrscheinlich noch verfahren ne oder einfach gegen eine mauer fahren oder gegen Traktor mein haupt du dober traktor das tut sich aus total ach du scheiße nein 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 der Werkstattwagen hängt unter mir der ist ganz schön hartnäckig das bringt nichts doch bringt was ich fahr gleich raus ich tue hier 5 cm über dem boden schweben haben wir immer rückwärts tue ich doch die ganze zeit ich meine ich guck mal direkt mal den nächsten versauen oh nein du scheiße hilfe oh gott also fahrschein und hast du jetzt einen führerschein und da steht wahrscheinlich so drauf 18 jahre und geboren keine ahnung zweiter nach 2004 karte ich kann nicht wahr für die kacke oh nein nicht den eck posten weg mit dir toll jetzt die tieflade und da geht der mensch einfach durch ach da ist ja noch einer hinter mir ach guck mal jetzt habe ich den hinten ach gott hatte ich lass die erst mal ich löste die beiden erst mal du ich kann ja nicht wirklich was machen also machen wir erst mal das licht an da sind sie hier nichts mehr warte ich fahr über die tieflade ach du scheiße nein oh gott ok nicht dein ernst ich muss essen ok ich komme gleich wieder ja ich steig aus und gehe in die ecke macht das du bist jetzt nicht einfach wirklich in die ecke gelaufen doch komm doch schau am markt bin ich oh gott keller max hallo max dreh ich bitte nicht um ok so pass auf bist du bereit ja ok dreh ich um jetzt drück escape und gehe auf die karte mit den fahrzeugen und drückt da mal auf unseren hof also bei mir backt es ein bisschen also den rest den habe ich verkauft was denn ich dachte wir können uns das ja mal leisten da kann auch ein paar helfer einstellen ich habe den fehler gefunden wo bist du überhaupt noch beim markt beim markt die ecke angeschaut hier ist einer mit raupen ah ja ok dann war das der fehler warum bist du da ja momentchen mal warte jetzt ist bei dir kein wenig hol dir meinen traktor warte ich mal mit rädern musst du besuchen da hat ich glaube die sind in der zweiten reihe hier ist einer ausdeckt einfach ein bisschen entschuldigung wenn es bei euch in der aufnahme auch leckte ach du scheiße aber es sind ein paar traktoren hier muss man bitte ja pass auf komm mal mit hier auf dem feld hier geht es noch ein bisschen weiter hast du die da ansortiert nee wird zurücksetzen ich habe euch ja hab ich auch noch nicht gewusst guck mal ich zeig dir da hinten wie die dahin zugefügt werden und was machst du du rammst mich auch scheiße ok ok warte mal komm wir wechseln jetzt einfach mal das war lustig ey lass mich in ruhe essen fress euch hin jetzt geht das portmonee wieder hoch alter äh kennermachsteck mal aus äh traktor so das ist unser letzter traktor so und jetzt habe ich nur noch 9,99999999999999999999991,307,100 Euro reicht das? nö ich würde sagen das wasser von diesem video warte au das war die tischplatte ok was ich habe im park oh nee das reicht doch nicht ok ich würde sagen das wasser von diesem video wenn würde mich freuen wenn ihr mit eurer tatze auf den abo oder like button drückt und was sagst du dir hörte den like button und den abo das ist noch und was sagst du dann noch was sagst du tschüss 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 Untertitelung. BR 2018